Herzlich willkommen bei Schillerfleisch hier in Hof. Die Firma Schillerfleisch ist ein Schlachtbetrieb und Fleischzerlegebetrieb. Wir schlachten derzeit etwa 7000 Schweine pro Woche und haben eine Mitarbeiterzahl von etwa 250. Wir haben uns auf Schweinefleisch spezialisiert. Wir sind von der ganzen Qualitätssicherung sind wir IFS, nach International Food Standard, qualifiziert. Und wir sind natürlich auch ein EG Hackfleischbetrieb. Das heißt, wir produzieren in großem Umfang für namhafte Handelsketten Hackfleisch. Aus diesem Grund haben wir uns auch zur Fettanalyse für den Meat Master der Firma Voss entschieden und praktizieren seit etwa zwei Jahren die Fettanalyse und auch alles Dazugehörige mit dem Meat Master der Firma Voss. Mit dieser Maschine können wir standardisierte Hackfleischprodukte anbieten. Wir können also mit dem Voss Meat Master Fettanalyse durchführen, wir können Gewichtsbestimmung machen und was sehr wichtig ist, wir können die Fremdkörperanalyse durchführen, was uns ganz sichere Produkte dann gewährleistet. Wir sind sehr zufrieden damit, auch von der ganzen Serviceleistung her und können dadurch sehr frische und vor allen Dingen standardisierte und analysierte Hackfleischprodukte anbieten.